Wir freuen uns, dass es viele KMUs und viele Betriebe gibt in Österreich, wie die Bäckerei Schwarz, die das Rückgrat der österreichischen Wirtschaft sind. Die KMUs schaffen den Großteil der Jobs in unserem Land, den Großteil der Wertschöpfung und sind auch zentral in der Lehrlingsausbildung. Worum es uns geht, ist eine Modernisierung der Lehre, eine ordentliche Qualitätssicherung, aber auch eine Aufwertung der Lehre. Die Aufwertung der Lehre findet sich im Arbeitsübereinkommen der jetzigen Bundesregierung sowohl im Kapitel Arbeit als auch in der Kapitel Bildung. Es nimmt einen zu Recht einen großen Raum ein. Ich darf nur überleiten, dass wir hier schon auch etwas aufbauen, was wirklich im besten Sinn des Wortes Hand und Fuß hat, die duale Ausbildung. Es geht um Leistung und Gerechtigkeit, gerade für unsere Lehrlinge und für unsere Meister. Und so ist es nur gerecht, dass es nicht heißt Lehrlingsentschädigung, sondern dass der Lehrling ein Einkommen bekommt. Es ist nur gerecht, dass der Lehrling nicht im Unternehmen sozusagen verwaltet wird, so ist die Verwaltungssprache, sondern dass der Lehrling beschäftigt wird. Und es ist auch nur gerecht, dass ein Meister den Titel bei seinem Namen führen kann, wenn es doch der Bachelor und der Ingenieur, die auf selber Stufe sind, auch machen können.